Mein Gott, ihr lieben, Essence hat einen Skin-Tint rausgebracht. Der erinnert mich relativ stark an den von Benefits. Also schauen wir mal, was das kleine Ding so drauf hat. Ich trage es jetzt direkt mal auf. Und verblende es jetzt mit meinem Finger. Ich finde den Tint wirklich super schön. Richtig natürlich, leicht rosa, perfekt für every day. Meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung, auch weil es zu 100% eine Duke zu Benefit ist.